Ich würd' mal gern nichts hacken. Darf ich das? Ausnahmsweise, ja. Du kannst es versuchen, aber... Oh wow. Ey, das ist echt der Gipfel der... Ehm... Travelling! Travelling! Du bist für... Alter, du bist Mundo und stirbst auch. Langsam wird echt peinlich. Ohoho, er hat's nicht absichtlich getan. Du irrst dich, ich hab's absichtlich getan. Schlafen auf uns. Come on, shoot faster, just a little bit of energy, yeah. I wanna try something fast right now. I can't say people's all the day, day, day. Was habt ihr vor zu spielen? Was wollt ihr denn machen? Was kann man denn... Was? Was wollt ihr so spielen? Gute Frage. Ich würd' mal gern nichts hacken. Darf ich das? Ausnahmsweise, ja. Du kannst es versuchen, aber... Mit dieser schönen Einleitung herzlich willkommen hier zur nächsten Dreierrunde. Mit, äh... Hondo, der versucht nicht zu sacken, auf jeden Fall. Okay. Und unserem, äh... Gehst du in den Jungle, oder? Nö, nein. Okay. Äh, Dombert, gehst du in den Jungle, oder? Äh, kann ich machen, ja. Ohne Scheiß. Jetzt... Jetzt muss nochmal... Jetzt muss nochmal... Jetzt muss nochmal... Und was spiel ich? Ich weiß nicht, was hast du Bock? Spiel doch nochmal Jacks, das war doch ein Schleben. Mal Jacks? Nö. Und? Ich kann auch Master E spielen. Du kannst theoretisch alles spielen, was du bist. Und, äh... Rondo? 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 Und deshalb geht deine Maus auch nicht, weil du alles so wild anklickst, du überstrapazierst sie. Ach, Mundo. Mundo war's geworden. Mundo ist... Mundo war's geworden. Weil 4000 war zu voll. Boah, aber... So lange bestimmt wieder Mundo oder Mundo ist komplett. AP Jungle, AP Jungle, AP Jungle, AP Jungle... Äh, 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 äh... Kann auch Jungle gehen? Nö. Nö. Boah, holst du den alten Poro-Rider raus? So den Poro-Rider raus? Oh, fuck. Das ist, äh, eine ziemliche Ankündigung auf jeden Fall. Ja. I'm so fluffy. Oh. Wie dein Kuscheltier, in echt. Fluffy ist fuck. Oh, man. Was flößtest du denn du schon wieder? Ha, 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 ha. Das ist mein Älter, das ist mein Papi. Oh ja, schon wieder ne Papi. Und schon wieder derselbe Skin. Dann ist auch Malte A-Strich durch. Alistair. Okay. Alistair hab ich auch schon länger nicht mehr gesehen, auf jeden Fall. Warum ist Nuno Free, ja, gell? Schon, ja. Das sind doch dieselbe Folgen. Ja, natürlich. Ich muss nicht doch kein Malte, also rasieren wir die. Alter, aber... Jetzt konzentrieren wir uns mal, Alex. Jetzt konzentrieren wir uns echt mal. Also alle. Aber vor allem, aber vor allem Runder. Vor allem Runder. Aber ich mein, der spielt ja jetzt einen Tank und nach deinem Zitat muss er ja jetzt nichts tun. Jetzt macht er es voll. Jetzt macht er es wie beim letzten Mal. Dreht so um und dann sagst du, Alex, geh rein. Geh rein. Alex macht zwei Kills. Oh ne Scheiße, ich esse jetzt einfach Nikolaus. Hm. Ich esse Schockkrieg. Schockkrieg, ja. Du hast Nikolaus? Dann muss ich mich anschauen. Ich hab hier so eine ganze Box mit... ...schneemalos schon geschehen. ...schokomüll hier stehen. Muss ja alles mal gekästen werden, ne? Jetzt wird die Flinte geladen und dann geht's ab. Zeigst du davon, Fred? Was denn? Wer bescheiden ist, geht leer aus, hat mein Champ gesagt. Also holen wir alles? Wir holen alles. Ah, der Hobbesen Mundo, geil. Der kann mal einen Ball werfen. Der Rondo ist ganz bescheiden. Der will nur nicht so viel sterben, hat er gesagt. Ah, das war eine Kampfansage gegen den Poro. Das hab ich direkt gesehen. Wir haben einen Ball geworfen, das kann ich auf die Lane. So, das ist probably. Du bist ja witzig, Alex. Ich sag mich tot. Ihr zwei Behinderten, ey. Ich esse jetzt noch ein... Bis lange Hannibal Bastard. Ey, bis die Mini-Stars sind... Hannibal Bastard, hast du grad gesagt? Hannibal Bastard. Ja, bitte Sebastian. Kann ich jetzt dran? Hannibal Bastard hat die... Hannibal Bastard gestalten. Hannibal Bastard hat auf jeden Fall seine Kanone entsichert und den Nikolaus fast gegessen. So, was ist jetzt los? Den hab ich ja hier unten rein. Was, Mundo sagen eigene Namen oft, um nicht zu vergessen? Ja, schau mal, was passiert. Ja, der Jungle, der hätte schon mal zwei Schüsse abbekommen. Was ist denn Lappen? Ich hab keinen Jungler. Wir haben keinen Jungler. Ach, der läuft hier so als... Alter. Tower, komm! Oh, Mann, Tower. Aber es wird geil. Wenn die keinen Jungler haben, kann ich gut... Counter-Jungler eigentlich. Jetzt reg ich hier schon direkt so drei Ballen die Fressen. Aber der Nuno ist schon halb im Sack. Aufhaft, Alex. Ich bin so stolz auf dich, Fred. Danke. Verwechsel mich nicht mit Sammy. Das... Immer Magie. Ich hab Alter gesagt, nicht Alex. Ach so. Na dann geht's noch. Dann will ich dir verzeihen. War gut. Mal ganz versuchen, ey. Ja, ja, aber... 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 Oh, guck mal, hier oben die Beinen sich schon ordentlich da kaputt. Achtung, Nuno kommt, Nuno kommt. Nuno kommt, Freakel. Ja, und? Hä? Ich bin vor allem. Und der andere haut mich hier rein, dass ich hier ballern kann. Das ist ja bester Leben. Das reicht doch niemals, oder? Wir haben uns beide gefüllt. Wir haben einen Flash. Egal, wir geben dem. Alter, du hast den Kill bekommen. Ich hab meinen Flash gewastet, Mann. Meiner war gut. Deiner war scheiße. Vor allem, ich hab's nur überlegt. Soll ich jetzt irgendwie sagen, dass ich fläche? Oh, fuck. Oh, komm, hier ist doch! Ja! Alter, was ein Lock, ey. Da hat er gedacht, der kriegt mich. Vielleicht nicht, vielleicht nicht, vielleicht nicht. Ich hab's doch gar nicht gesagt. Na, der hier unten hat's auf jeden Fall auch ganz gut bekommen. Ich geh jetzt erstmal gleich spiel. Komm, 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 ich denk das so. Nee, vielleicht nicht. Der Flash, der, der Flash doch jetzt nicht über die Minden. So. Ich hab das Beil hier noch in die Fratz geworfen. Wir haben fast gestorben. Eingriff, ich war schon. Oh, Polo Rider! Hilfe! Hilf dem Polo! Guck mal, wie lahm dieses Drecksvieh ist. Ich bin draußen. Hui! Das ist nur, weil ich so flauschig bin. Die hatten Angst. Du wirst extremst flauschig. Alter, wie die direkt mal kassiert haben hier unten. Bei allem wurde Double Lords genervt, weil wir irgendwie in den letzten Spielen sind die einzigen, die das drin haben. Hab's auch schon gedacht. Haben wir's verpasst, irgendwie den Moment? Haben wir was verpasst? Ich hoffe's nicht, ne? Ich hoffe's doch nicht. Oder ich guck mal, wie viel Dämpft es noch macht. Ich sag dir Bescheid, wenn die einer als Leder will. Ich sag dir einfach 10 pro Level immer noch plus AP und AD. Also ist alles schick eigentlich. Also ist alles schick? Ah, fuck. Und du redest mit mir. Einer muss es tun. Der vor allem mit... Was ist denn eigentlich mit dir los? Du Bauer! Kopf fehlt. Dann raste gleich aus. Der kommt immer aus seinem komischen Gebüsch so raus, gesprintet, macht null Schaden. Und dann kriegt er sich... Nehmt der, Alex! Luno ist hier! Ich guck mal, wie er fast schon wieder tot ist. Alter, wenn ich Ult hätte, dann hätte ich ihn schon ins Nirvana gefeuert. Luno ist hier! Ja, der andere Versager ist hier unten. Ich bin auf, ich bin auf, ich komme! Ja, ja. Ich komme! Ich bin immer noch. Ah, fuck, ich kam nicht ganz dran. Nein, ich hab den Lock-Up nicht getroffen. Ich hab's gemerkt, da kam irgendwie wenig. Egal, ich esse jetzt einen Cookie. Egal, ich esse jetzt einen Cookie. noch vorne und dann stirbt er mir schnell. Aber nein. Nicht der gute Schritt da vorne, ne? Natürlich nicht. Bobby kommt. Bobby Rolf, renten ihren Jungle. Du willst nicht mehr zu dir da. Oh, fuck. Ich bin nicht unser. Ja, Bobby, renten ihren Jungle. Alter, der Cookie rettet mich doch, oder? Jawohl. Ach, Cookie gegen Ignite. Ah, hier kommen beide, Alex. Alex? Da kommen beide, ja. Geh mal einen Schritt. In die richtige Richtung. Wenn du einfach nur früh genug Bescheid sagst, laufen die einfach vollkommen umsonst da hoch. Ja, dann passiert einfach genau nix. Alter, die war gerade Level 4 und ich war Level 5. Jetzt ist die Level 6. Die muss halt einfach immer präsent im Jungle sein. Was ist mit den Wölfen? Kopf kommt runter. Keine Ahnung. Die haben meine Wölfe genommen. Alter. Oh, wow, die wollen zur Vierte, Dritte in den Altar. Ich will nicht, gell? Ich bin noch Level 5. Ich will eigentlich auch gar nicht. Dann lassen wir das doch einfach. Aber jetzt haben die den Altar. Egal, die kriegen trotzdem mal auf den Arsch. Guck mal, der ist Level 4, die kleine Ratje. Dann haben wir eine Wölfe geklaut. Der geht noch den Sack mit seinem Kleist direkt da. Alles. Was willst du eigentlich schon wieder? Ja, der ist richtig asozial drauf. Ich geh jetzt in Gegner Jungle, man. Bei mir geht gar nix. Ich würde mich immer noch schwer mitlassen, wie die Wölfe abgenommen haben, man. Das nimmt dich schwer mit. Er nimmt mich richtig schwer mit. Nein, Poppy, du stößt nicht gegen mich. Ich gehe gegen die Wand, ich glaube, es geht rund. Nicht viel Damage hast denn du dabei. 120. Komm, du, du? Ja, der andere kommt auch, der andere kommt auch. Ich kann dir schlecht helfen gerade. Hilfe! Poppy will dich von hinten. Poppy, Jonas, vorsichtig. Poppy, rechts von dir. Genau, wie ich sagte. Das war wieder recht früh. Ich habe gesagt, Poppy kommt auch. Und dann habe ich gesagt, Poppy kommt. Wann mal. Einmal so gegangen ist, einmal so da war. Oh, auf und machen wir ja auch noch einen kürzeren Weg. Bin hinterhergelaufen. Mit Half-Life. In drei dann quasi. Ohne Schuhe. Das ist ja schon wieder alles, sagend. Ja, auch ohne Schuhe. Oh, Mann. Naja, wenigstens habe ich noch diese eine Ratte mitgenommen mit der Ult. Äh, Nunu kommt hoch. Nunu kommt hoch. Gibt es nur nichts umsonst. Nicht? Was will der denn hier? Keine Ahnung. Der will ja ans Hele. Da sind wir beide in die Pratze in der Backe. Fui, warum gibt's da? Da ist noch mehr Beile in die Fresse, wenn der kommt. Kommt der wieder runter eigentlich, oder? Äh, der steht hier oben, wenn man ekelstunden wollte P gehen. So, der war hier oben und ist weg. Genauso, Poppy ist auch weg. Alles fehlt hier oben. Ist gar nichts. Ey, das nervt den mit seinem Knock-Up. Da tut er... Da tut er mich immer irgendwie so stunnen und so. Der lässt er so an sich, ja. Ich baue direkt einfach gleich Dominics Größe, dann gibt's Größe zurück. Nein. Dominics. Oh ja. Der ist hier drin, ne? Der ist hier drin, der ist hier drin. Der ist hier drin. Jetzt kriegen wir noch. Was? Oh fuck. What the fuck? Die Double-Sums, da waren sie wieder. Alter, was war denn das schon wieder? Der... Oh fuck, Achtung. Oh! Komm mal da, komm mal weiter! Noch hier? Poppy, kommt runter. Fickin! Oh fuck. Ja, nee, nee, das ging nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass der Holt drauf. Oh fuck, Alter. Oh, ich hab dir die scheiß Poppy, ey. Ich kann's nur sagen, wenn keiner reagiert, dann muss ich... Halt die Schnauze auf der Top. Was denn? Und nur mit 0-0-0, ein Lennart 3-0, Alter Fidder. Und noch mehr Farben, man, der ist die ganze Zeit am Rumlaufen, man. So leid, das ist nicht der Fidder. Weißt du, äh... Wagt sich überhaupt zu Wort kommen, und hier ein 0-0-0 haben. Also nicht am Spiel teilgenommen. Wahnsinn. Also, gefiddert haben wir so, Alex, aber dass die noch mehr Farm hat als du, nachdem die nur am Roam ist, ist halt wirklich ein bisschen drauf. Och Gott, was war denn das gerade zur Hölle? Äh, der kommt hoch, der Alistair. Loll, die ist so fett, Alter. Loll. Dazu 4-0. Nice. Loll. 0-1-0, Alex. Negativ. Der ist wohl am Frieden. Woran liegt das wohl, dass ich so viel Schaden nehme von der Hunde? Vielleicht, weil du nie ihr folgst? Waldo. Nee, ich sag nichts. Ich sag nichts. Ja, wie war denn mit deinen hier in 2-2-1? Was machst du damit? Was ist nochmal so? Quotenmäßig. 0, ja? Ach, du genau so viele Kills wie Todo. Was hast du? Oh, 0. Uh, uh. Sehr unangenehend. Oh, spring! Dieser perfekte Ballmann. Ich drehe. Du scho, ey. Gipel. Ja, beiden wünsche ich wieder. Guck mal, vielleicht kommt der Sunny noch ins Spiel. Oh, f***. Ist so frech, wie viel fett ihr ist, Alter. Werd ich gar nichts gegen machen. Ob ihr kommt zu dir runter wahrscheinlich. Schau's. Da kaufst du auch Ohrenstöpsel? Hm. Hm. Ich muss nur in die richtige Richtung zählen. Ist mir zu wohlgenährt, die Dame. Wohlgenährt? Hm. Boah, jetzt hat doch diese andere Stadt gerade richtig Pläne gehabt. Ach, was ist denn los mit dir? Was war das Pläne? Haben die dich nicht gedivet? Nein, das ist gerade, wo ich wieder da bin. Da hatte ich Pläne. Aber die wurden vereitelt. Traurig, wenn man nicht gegen eine Poppy farmen kann. Weil die alles auf die Fresse haut. Die kommen, die kommen. Kommt runter. Los, legt euch mit mir an. Es geschieht nichts. Gute. Es geschieht wenig. Wenig Geschehnisse. Oh ja. Der Alistair... Hier unten tümmelt sich schon wieder der... Der ganze Müll hier. Ob gefällt? Sind wir? Das ganze Gesindel, ja. So ein Wort hat mir gerade gefehlt, ja. Das ganze Fuck. Ich hab hier oben immer noch. Es ist nicht geflohen. Nice. Nicht nice, nice. Keine Ahnung. Beides. Bred, ich geh gleich rein. Ja, jetzt kannst du rein. Jetzt. Nein. Oh fuck, man! Alter, really ey. Ich hab doch noch auf F gedrückt. Scheiß hier. Dreckscheiß. Hoppy kommt runter. Hoppy kommt runter. Ich hab mich trapped. Ich weiß genau. Hoppy kommt doch runter. Hoppy kommt wirklich runter. Nämlich nicht trapped. Warte. Fuck. Ja, Alter, du bist zwei Level unter der Mann. Du machst gar nichts. Doch, sterbe. Also in die Runden Damage. Stay in hold. Du hast nur, bist nur rausgekommen. Ich hab dich schon abgeschrieben eigentlich. Den Alex. Ja, ja. Ja. Oha. Was ist das, ey? So ein Witz, Mann. Fuck. Das ist echt der Gipfel. Der, äh... Travelling. Travelling. Du, äh, fressen. Bist für... Alter, du bist Mundo und stirbst da auch. Lass, dann wird's echt peinlich. Oh, er hat's nicht absichtlich getan. Du irrst dich. Ich hab's absichtlich getan. Alter, das ist dein Maul. Nee, das fehlt dich keine Poppy. Alter, du hast 0-2 und bist im Jungle gestorben mit Mundo. Ich glaube, du hast ja noch die Ult angemacht. Jupp. Oh, wow. Ist das Fähigkeit her, Lister? Oh, was ist das Fähigkeit her, Lister? Begegen, die Poppy kann doch keiner mehr was machen. So behindert. Also, wer sich im Jungle exekutet, kann, glaube ich, gegen Poppy wenig machen. Also, ich glaube, Poppy ist ein bisschen stärker als der Golem, aber ich bin mir sicher, weil die Golems sind zwei. Das wäre toll. Ich bin da halt hin mit, keine Ahnung, 100 Hitpoints. Wir haben sie mir halt gekillt, was soll ich machen? Und früher machen wollen müssen, dann ja. Hab ich aber nicht. Nice, outplayed. Nice, outplayed. Outplayed. Das war outplayed. Oh, fuck. Aua. Ich bin Tank. Doch nicht. Doch nicht. Hab ich geirrt. Ei, 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 ei. Sunny Bad, was machen wir nur mit dir? Wir schicken ihn wieder in die Golem, Herr. Ja, ja, schieb's nur auf uns, dass du dich im Jungle exekutest, ey. Das hat damit nichts zu tun. Kastrieren oder Einschläfern sind die Varianten. Töte das, bevor es dich vermehrt. Das kriegt der und noch den Kill. Das ist das Unverdienteste. Das ist ja so unverdient. Easy. So, ihr Fieder. Jetzt reicht noch mal was, ne? Ihr Lappen. Das tut nicht die Tatsache, äh... negieren, dass du im Jungle gestorben bist mit Mundu. Ihr fahrt. Und ihr fahrt zum Kotzen. Wer? Ihr Ball. Das ist tot. Guck doch mal die anderen zwei Kameraden da unten. Die sind noch beschissener wie wir. Jetzt aber. Schreddert den jetzt. Ja, die kriegen wir doch. Das ist doch jetzt eh dein Ball. Oh wow. Das ist... Ja, ja, die kommen alle drauf. Und der verfällt noch in den Blutrausch, Alter. Vor dem braucht er keine Angst an. Oh wow. Nein, leider machen wir gar nichts. Ich hab den Zweiten nicht gesehen. Ich find's auf jeden Fall schön, dass du schon vorher rausrinnst. Eier. Ja klar, wirst du still. Wir sind drei gegen zwei, Mann. Weißt du, wie lange die auf mich eingeprügelt hat? Der hat gerade 8 Sekunden auf mich geschlagen, Mann. Den Fred hat er noch nicht gesehen. Ja, dann guck mal bitte ein bisschen auf den. Du hast doch schon ne Brille. Hä? Äh? Wo? Wo? Auf deiner Nase. Du hast doch schon wieder auf den Golem hier gegeiert, weil der schon wieder lebt. Runde 2. Ich dachte, ich gehe mal kurz, aber du bist auf den Golem, ja? Golem? Schmerz dieses. Hobby kommt runter. Ich weiß, ich bin mich auch schon am... Ich spiel die LOL, ohne einmal auf die Map zu kommen. Gewollt. Schmerz dieses. Du hast einen verdienten Griff. Ja, ey, das ist schon wieder so'n Witz. Oh wow. Geh nicht so wirklich vorwärts durch den Beziehens. Mann, was ne Behinderung schon wieder. Oh! Oh! Alter. Wie war das denn? Was zur Hölle war das denn? Meine Ehe. Das hat mir gefallen. Ich habe schon wieder gedacht, das wäre ätzend, aber der Poro schlägt sich tapfer. Poro war doch 6-6. Was? Ich habe 2-7. Leck mich. Wieso das denn? Ey, weil du gerade stirbst. Lecks für die Poppy die ganzen Kills hat. Okay, ich reiß mich jetzt mal am Riemen, ey. Ich sage, das ist schon ein bisschen hart. Und so. Und du hast 4-3 da. Könnte ich echt flennen. Und 70 farm. Mach doch. Mach ich auch. Ja? Und 70 farm. Gegen einen fetten Gegner, der mich alle verprügelt hat, wenn ich farm wollte. Das geht gar nicht. Weil der hat mich hier getötet, da getötet, da getötet. Fred hier getötet, da getötet, da getötet. Hier nochmal ein Fred getötet. Ich kann leider nicht mehr pingen. So die Pings aus, oder? Das ist alles in den ersten 8 Minuten so ungefähr. Trotzdem, wenn sie da ist, kann ich nicht farmen. Dann pass ich keine Ahnung. 20 farm jedes Mal, wenn sie da ist. Wenn ich wirklich überhaupt nicht farmen kann. Muss ich meine Güte machen und wegrennen oder auch. Fass mich nicht. Nee, ich hab erstmal fünf Kettensrums gebaut. Helfen wir! Helfen wir! Helfen wir! Alter du bist so tot. Europa hier kommt! Runter! Man leck mich doch an Thanos. Flash! Running Speed! Heide! so jetzt ist Schluss hast du bock auf die da oben oder nicht? ich komme auch 16 old hast du bock auf die da oben? ich habe mit 16 old ist er schon drin jo alle wo fliege ich denn hin? ok fred ist raus die hat mich secured man hätten die die kampf nicht gewonnen einfach ja vor mir drauf alex voll drauf voll drauf da ist noch der andere fettzack drin ne doch nicht ja weiter ich gehe durch tower nice weiter in den windenschehen warte bei nice danke jetzt auf den tower jawohl den haben wir mal schön umgerissen weiter sollen wir? hast du die gerade weggerollt Leute? ja man da hast du das hat dir wahrscheinlich sogar dein Leben gerettet ja weil wenn die an mir dran ist dann ist das so eine Hölle wir sollten B gehen ja wir sollten echt B gehen ok ich gehe runter auf die bot ich werde noch ein bisschen frech oh nein oh nein oh nein oh nein wie viel gibt es? 6 wenn ich den Trank zurückgebe das ist absolut unverschämt das reicht aber grad oh 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 das war ja jetzt überraschend fandste? ja ja oh darf er das überhaupt machen oder? oh komm schon komm schon Popi die haben dreifach oh jawohl äh kommt die zu mir? ne die ist fast tot eine Attacke und die fällt um echt? ja mach die Attacke du krieg die nicht mehr die ist schon längst weggelaufen niemals wollt ihr das Feuerwerk sehen? boah ist der wieder voll Entschuldigung ich konnte den Schnaps nicht abseilen hm das war lustig ok kann es nicht wissen ok der Execute naht noch an mir der naht noch an dir? hm ja kam Alex auch ne der an mir naht gar nichts ja gut das ist ein Aufstieg zu den letzten Spielen Achtung Popi hinter mir wo? wo? hinter mir ich kann gar nichts machen berüh ich fiel nicht weg los mit dir das hast du dir vor so einem kleinen Mädchen pass auf ne da sind mehr Mundo ja ich weiß doch Mundo doch Uld und Movementspeed und so Shit das ist mein Reis Mundo das zurückgehen rum Mundo keine Angst Führen doch mit 3 Kills wir müssen noch ein bisschen mehr draus machen 2 9 Fred uiuiuiui ja ich weiß gut peinlich ey fuck man und der und der Execute da hat 5 2 an sich 5 2 5 3 ja aber 5 2 der Execute wir haben als ne Szechuan hier im Jungle ey du hast ja auch noch ich brauche Hilfe aus der Tor ich habe keinen Grund dafür dass ich so viele Minions getrunken ich halte mich vor allem voll zurück und lass euch erstmal hier die Fights anfangen wohl erst beschlepp doch auf jemand an ey ne ich hab keinen Bock da rein zu f... hier hinten ist der Fettack ja jetzt Mann ich hab voll aufs Wege ich könnte kotzen Mann komm mitm Club alter Aua Mundo fliegen Mundo gut auf die Fresse bekommen Alter was ist da für ne das ist diese Poppy die macht Höllendampf Alter das war kein volles Giraffe der Kampf ich hab ne volle Behinderung der Kampf ey also gar nichts komm schon Tower mach was Tower 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 Ufelsage von Tower nur erbär mich dieser Turm reporte ich nach dem Game auch ja mach das Alter E das ist ein schwarzes Entrennung f... mit der Holt rauf 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 weil die Poppy haut auch als einen in die Wand ja man ne voll mit dem 10-2 machst du relativ hohen Schaden naja da findet ihr im Glauben rauf 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 die 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 rauf 橋 gestern flhot voll flmot er Der ist schnell mit dem verfickten komischen Ding da. Ah ja, Trinity halt. Hm, Trinity, der komische Panzer, das was auch immer. Ja, der lädt sich aber erst auf, wenn die läuft. Ja, der war auch gerade eben an, als er losgelaufen ist. Gefühlt. Ja, die hat ja einen Schlag gemacht, oder? Nee. Nee. Dreh das tot. Niemals. Naja, bei elf tot. Niemals. Enden wir, Alex. Na gut, wir einlassen. Wohl. Nockt den mich weg, ich hätte mich doch töten können mit der Poppy. Ich bin jetzt immer zu dritt, die Toppen rasieren die, oder was? Ja. Hup, dann vorwärts. Warte, hier ist Poppy. Domi ist in Trouble. Ja, ey, wir können ihn niemals falsch machen. Wohl. Weil die machen mir so viel Schaden, wie sie der Poppy machen. Soll ich vielleicht irgendwas noch, ein Tank-Item nachher noch kaufen? Ja. Ich. Der Freer fragt, ob er es soll. Damit ich nicht... Wollen wir es mal versuchen, drei gegen drei, oder nicht? Naja, das andere ist egal. Ja, jetzt... Ja, jetzt... Ja. Jetzt kommen wir doch... Da hat so ein bisschen Schaden. Das ist aber schön wie einfach ein Tank. Rechts ist der andere. Wir müssen uns einfach nur noch verfolgen, Alex. Eine Bandelschütze entkehrt den Gegner nur den Rücken zu. Wir müssen den Top-Pushen halt, sonst sind unsere... Und in oben. Ja, stimmt, wir haben das nicht mehr über die Top, ja. Na, hier zwei schaffen wir auch alleine. Wir pushen einfach die Minions weg, die kommen. Summe weg, ja. Das ist zu tief, irgendwie mit dem Entdecken, das alles aufgelöst. Er ist stark. Der kommt immer wieder auf. Ich bin so ein hohes Level einfach, ne. Huh?! Ich bin so ein hohes Level und trotzdem geht gar nicht. Hetar holen? Lass mich durch! Oh nein, schon ginger! Welt, wo bist du? Warum bist du nicht in deinem Teamfight? Ich hab nichts gesagt, einfach. Oh wow, hoppigol. Nice, die ist weg. Der auch. Jawohl, nice, Mann. Oh, da ist der Triplicke! Weiter, Alex tanken. Lassen Sie mich zum Arzt, ich bin durch. Undro Tankstelle. Undro mehr Tankstelle. Alles drauf. Wir machen fertig, oder? Alter, ich hab extra nochmal einen übergroßen Strab gekauft, damit ich dir Poppy einen guten Atom, Alex, du wirst es exekünen vielleicht. Ich steck weiter, Fred. Ja. Finish können wir nicht, wir können müssen aber die Hintergrund auf jeden Fall. Der Power ist zu stark von denen da unten. Ja, Tower schießt zu oft, wenn wir nicht gut. Das ist ja der Gebuff, der so schnell schießt. Aber hier kommen die Minions. Ihr räumt alles leer. Nimm einer das, einer das. Alex nimmt Altar, der braucht doch schon am längsten für den Kampf. Okay, Fred, äh, Poppy ist schon wieder drin. Halt er sich wieder, dieser scheiß Turm? Halt er sich eigentlich wieder? Halt er, ja. Ich geh, ich geh noch an der Bot noch den grad, äh, crashen. Jo. Warte, Nuno. Weg, Alex. Und nur ein Ball werfen. Alles safe. Ich geh erstmal einkaufen, ich hab 3000 Kohle. Ja. Du sie meinst, wenn ich alte Seite nicht einmal angreife. Ich, ja, ich, ich darf nur, ich darf erst, äh, nach 5 Sekunden oder so in den Kampf am besten, weißt du? Ja, weil Poppy hab ich, hab Alex und ich eigentlich eh schon fast tot gehabt. Das heilt, ja. Boss of T-Damage. So, was brauch ich jetzt noch? Das, 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 das. Irgendein Tank-Item. Tank, Tank. Das sind Prüstung und Leben. Aldi ist top. Ich hab nur noch was auf deren Altar. Ja, das könnte sogar hinkommen. Lass mal, lass mal auf die Top gehen. Ja, die sind da. Ist gemacht. Lol, wie schnell haben die das gemacht? Ja, die haben da 10, 4 Poppy und einen Nunu, Mann. Weißt du, wieviel Nunu Biss macht? 2? Ja, 1000. Also, wo lang greifen wir an? Über die Top mit den Super-Vasalen zusammen, oder? Andere Ideen. Eigentlich wüssten wir Bot gehen, weil die Super-Vasalen sind eh oben. Ich denke auch, Bot. Stimmt, da geht ein Bruch. Passt aber auf, ne, wenn die Minutes von den Stärken, also. Einfach nicht falten, erst mal. Ja, bisschen, bisschen runter, genau. Die müssen sich gleich aufteilen. Die müssen sich gleich aufteilen. Die müssen sich gleich aufteilen, ja? Ach, Mann. Stellt sich mal hier rein, ja? Dass dir keiner von oben kommt. Komm, wir holen erst mal schnell den Altar. Ja. Schälfte, Gott. Ja, blatt unten, blatt unten. Ja, blatt unten, komm. Oder, komm, drauf. Nun, wir hockt auf der Altar, und die Super-Vasalen haben überhaupt keinen Damage von mir. Ja, noch weniger ist das. Der Base, Ali ist in der Base. Obwohl, der ist ja dein hier vorne. Ja, gehen wir auf den Tower. Den haben wir so schnell tot. Eigentlich könntest du ihn kurz tanken, Alex, ja? Der Fred hat ihn so schnell zerballert. Halt auf, jetzt rein. Jetzt, komm, Fred. Jetzt auf die. Jawoll. So. Jetzt machen wir weiter. Das lief doch schon mal. Die Schwierigste ist schon mal raus, eigentlich. Die halten immer auch viel aus hier. Die sind hart wie Fischstolz, die komischen Minions von denen. Ja, der hat das. Oder wir halten, wir müssen nur beschäftigt halten, wenn die Super-Vasalen oben reinlaufen. Das war richtig nice, das Zonias. Alex, wir sind raus, ne? Bei allerletzter Sekunde. Ich bin auf jeden Fall raus. Wieso, dir geht's doch gut? Ja, die Minions. Winions! Winions, naja. Ali kommt und trümmert alles kaputt. Komm, ich kaufe mir mal einen Trank. Komm, ich kaufe mir mal ein bisschen Leben. Achtung, Fred, Riefenschweig hinter dir. Oh, fuck. Ich krieg dich, ich krieg dich. Niemals. Jetzt dürfen wir uns nur nicht dumm catchen lassen, einfach. Einfach zusammenbleiben. Ja. Ich glaub, drei gegen drei können die gar nichts mehr machen. Lass mal vorbei, da auf dem Rückweg. Mitnehmen. Ich bin zu fett, sorry. Ich wollte dir das Feuer mehr drehen. Ja. Ja. Dass denn da aus dem Team kommen würde. Oh, fuck. Sorry. Fuck. Das ist ein besorenes Team. Oh, das war die, bevor sie beide einfach facken. Lass die Leute hier aufhören. Ach, was ist das? Geh mal bei. 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 Nimm die Minions mit Bist du am dominieren oder was? Wer? Du? Weil ich noch den geil weggesmited die Poppy bevor sie an dich kam Ja man Bist du wieder voll? Die Fotzen Du stehst die Milch an Hier Alles Dauer komm ich an Ich merk's, ich spür's sogar So jetzt aber Tryhaden Tryhaden Fire In the hole Hat die Fresse Hat die Fresse Hat die Fresse Hat die Fresse Hat der nicht geschrieben Alter das war aber nur mal Am Anfang sah's irgendwie richtig beschissen aus Aber dann ging's irgendwie Achja dann Ich mein Wer verliert auch mit dem Poro im Handgepäck Das ist ja nicht möglich Heil den Franzosen Gott weiß Da macht der Jungle den meisten Damage Wahnsinn Aber Rondo ist trotzdem im Jungle gestorben Top oder Hopp Hopp oder Top Ja in dem Sinne Verabschieden wir drei Merkwürdigen Menschen Und für euch Und dann sehen wir uns In der nächsten Folge Macht's gut Ciao Ciao Ich wieder carry well Ja natürlich Oh Ich bin ziemlich